Also, ich würde es nicht überleben, hier zu wohnen. Hallo. Die Türe war offen, da dachte ich... Was wollen Sie? Deshalb schlage ich dir einen Neustart vor. Mit verhassten Cousins und Verlorbte des verhassten Cousins verhassten Cousins. Ich mag dich, Lisa. Ich mag dich wirklich und hoffe, wir können Freunde werden. Na, was ist? Du lächelst ja. Oh Gott, die Falte ist weg. Dafür zwei Grübchen. Gibt's das? Würdest du bitte einfach gehen, Pablo? Nein, deine Oma stört mich nicht. Wirklich nicht. Die stört mich nicht. Aber du störst, Pablo. Du störst. Liebe zukünftige deutsche Verwandte, jetzt sag ich dir mal was. Wenn du gewollt hättest, dass ich gehe, hättest du mir längst die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich hab recht, oder? Jetzt hau einfach an.